Ich frage mich jetzt so, Limes, Grenze, Grenze, x gegen und endlich, also was ist für x gleich irgendwie 1000 oder eine Million, wie verhält sich der Graph, wenn der Graph eine gebrochen rationale Funktion ist und da gibt es eben drei Fälle, ja, erstens, zweitens, drittens und ich schaue mir immer den Grad der verschiedenen Polynome an. Also hier ist die höchste Potenz ein Dreier, also bei dem ersten und unten ist die höchste Potenz ein Vierer, das heißt ich habe immer so Zähler und Nenner, hier ist der Nennergrad größer Zählergrad. Das wäre jetzt auch egal, wenn der, wenn der hinten, das könnte auch umsortiert sein, wenn hier der Vierer stehen würde und so, immer die höchste Potenz zählt. Gut, und wenn ich jetzt was Großes einsetze, Million hoch 3 durch Million hoch 4, dann läuft das hier, das läuft gegen 0. Also hier ist y gleich 0, also das ist die x-Achse, das ist eine Asymptote. Für riesige x wird das, der erste Fall, zu 0. Der zweite ist interessant, jetzt habe ich hier Zählergrad 3, Nennergrad 3 sind gleich groß. Jetzt, wenn ich hier große Millionen einsetze, gegen eine Million hoch 3 ist auch eine Million Quadrat wenig, ja, also das fällt weg, das ist alles egal. Interessant ist dann nur noch 2 mal Million hoch 3 durch 4 mal Million hoch 3 und der Rest ist dann unbedeutend. Ich kann ja statt Millionen, Milliarde oder sonst irgendwas 10 hoch 124 einsetzen. Irgendwann ist das wurscht und dann kann ich den Teil kürzen und dann bleibt zwei Viertel übrig, also ein Halb. Das heißt, hier habe ich y gleich 1,5, das ist eine waagerechte Asymptote parallel zur x-Achse bei 1,5. Und ich schaue mir, wenn ich das, ich schaue mir bei diesem Fall, also Zählergrad gleich Nennergrad und dann welche Zahl ist vor dem höchsten x und welche Zahl ist vor dem höchsten x unten. Und die beiden machen hier dann meine waagerechte Asymptote. Nun, dritter Fall, Zählergrad ist um 1 größer wie der Nennergrad, wenn hier nichts ist, denke ich um 1. Und jetzt gewinnt der Zähler, also hier Zähler, Nenner, die waren hier gleich groß, hier Zähler gleich Nenner und hier ist jetzt Zähler größer Nenner. So, und dann läuft es gegen unendlich und dann habe ich üblicherweise eine schräge Asymptote und da, die kriege ich raus mit der Polynom-Division. Und so, ich teile Zähler durch Nenner und dann bekomme ich jetzt so eine Gerade irgendwas mit x plus irgendwas und entlang dieser Geraden, also das wollte ich nicht so, entlang dieser Geraden läuft dann der Graph irgendwie gegen das Unendliche und wer Lust hat, kann mal zugucken. Dann mache ich das jetzt mal schnell, ein bisschen Platz machen, so. Also, die Polynom-Division x mal wie viel ist x², dann mache ich ein x, x mal x ist x², x mal 2 ist 2x, ach, das fällt zufällig weg. Minus fällt alles weg, 0, dann bleibt minus 4 übrig, plus, eigentlich ein schlechtes Beispiel, x plus 2. Das heißt, hier wäre y gleich x, die schräge Asymptote. Und, ja, fertig.